Ich glaube, am Ende muss man ehrlich zu sich selbst sein und auf das hören, was das Herz sagt und wo die Gefühle da sind. Und die waren halt bei einer anderen Person stärker da als bei Basti. Bei welcher Person denn? Die Person ist hier im Raum. Guckt gerade weg. Hi Tim. Hi. Ja, bei Tim. Wann hast du dich bei ihm gemeldet? Ja, ich glaube, wir sind dann am Donnerstag zurückgekommen oder Freitag. Und dann hatte ich mich am Wochenende bei Tim gemeldet. Ja, hab mal angerufen, hab mal so gehört, wie es ihm geht. Und? Ja, es war halt sehr speziell, weil der Moment bei der Entscheidung war so abrupt. Und ich glaube, das brauchen wir beide nochmal, darüber zu reden. Weil im Echtleben geht man ja auch nicht einfach so Tschüss und fertig, so dramatisch. Und ja, ich glaube, es hat uns gut getan, nochmal zu reden. Fabian, hast du die Nummer erst beendet mit Basti, bevor du dich bei Tim gemeldet hast? Oder hast du es gleichzeitig? Ich habe das ein paar Tage parallel sozusagen gemacht. Genau. Also mein Impuls war eher eigentlich, ich muss sehr viel an Tim denken. Ich habe das enorme Bedürfnis, gerade eine Verbindung aufzubauen. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Das war so dieses offene, okay, mach mal, was dein Herz sagt. Hast du es dann auch ihm genauso kommuniziert? Ich glaube nicht, weiß nicht. Nee, also eben, ich dachte, das ist jetzt so irgendwie so ein Call. So ja, freundschaftlich, ich schaue mal, was der in der Schweiz macht. Mir war das nicht bewusst, dass da viel mehr im Spiel sein kann. Ich möchte natürlich jetzt die ganze Geschichte wissen. Du hast die Nummer mit Basti beendet. Was geschah dann? Ja, dann habe ich Tim-Kontakt aufgenommen und wir haben angefangen, uns zu daten. Also das heißt, wir haben uns gegenseitig besucht. Es war natürlich irgendwie mit dem Status, dass er in der Schweiz war, ich in Berlin war, ein bisschen schwierig. Also man konnte sich da nicht jedes Wochenende sehen. Wir mussten auch ein bisschen koordinieren. Wir haben ja auch alle noch ein normales Leben. Plus der Zustand, können sich, glaube ich, auch sehr wenige vorstellen, dieses, es muss ja immer alles geheim sein. Also ich war zum Beispiel auch irgendwo eingeladen und dann wusste ich, also Tim hätte ich gerne mitgebracht, aber konnte ich in dem Moment nicht, weil dann hätte ich auch die Sendung gespoilert. Das heißt, das war halt auch mal so eine starke Einschränkung, wo wir uns eigentlich auch nicht groß in der Öffentlichkeit sehen konnten. Wie viele Monate habt ihr euch dann getroffen? Ja, was war das? Zwei Monate oder so, ja. Und was passierte, dass ihr dann beide oder vielleicht auch nur eine Person gesagt habt, das ist es nicht? Weiß nicht, willst du? Wie ist es für dich? Also ich war eigentlich sehr bereit für was Ernstes und ich glaube, ich habe auch sehr viel investiert. Also eben, ich bin auch einmal fast zwei Wochen in Berlin gewesen und ich hatte schon sehr Bock so, aber ja, es hat dann nicht gepasst, weil der Jäger muss ja jagen. Also die Jagd ist nie beendet irgendwie und ich, also ich, ja, ich kann mir nicht eine Beziehung so vorstellen. Und ich glaube, schlussendlich ist dann das mit Berlin und Luzern schon sehr anspruchsvoll gewesen. Die Jäger vist. Das ist ... Wie sein wird alles Lebanisch wie ein bisschen ... Untertitelung des ZDF, 2020